Mein Name ist Yongmi Pak Snowden und ich bin die Gründerin von Gimchi Princess. Kitchen Style. Spontan nach Plan. Für mich Kreditkarte, aber im Restaurant der Gast entscheidet. K-Pop mit Hip-Hop. Im Gimchi Princess haben wir beides. Soul in Berlin. Tradition. Bibimbap für Lunch und Bulgogi für Dinner. Mit allen Freunden. Soju. Risiko mit Sicherheit. International. Kundenorientierung. Teamwork. Immer. Flat. Wahlfreiheit. Meine Familie sind meine Freunde. Beides gut. Vielfältig. Amiga. Ad Choices. Ad Amex. Ad Choices. Ad Amex. Untertitelung des ZDF, 2020